so und damit recht herzlich willkommen zu einem neuen let's play von omsi 2 ich habe mir mal die stelle dreieck 21 modell drunter geladen und ja wie wir schon sehen haben wir hier kaisertal markt da hat sich auf jeden fall einiges geändert also by the way wir fahren mit dem m1 intercity le das 43c mit der längsten version mit dem schönen rego bus repaint von roges schön passend zum map schauen wir mal was uns hier erwartet genau das was wir jetzt mal gucken dass wir jetzt die linie finden da haben wir haben so na wo haben wir es denn hier zwei berg sessels forst gabelung was denn hier also es gibt also auch gefühlte 10.000 umläufe krank ich habe heute gestern nacht noch die map ein bisschen angeschaut wir fahren einfach mal die r52 weil die kennt man ja aus den videos haben wir einfach so kommen genau fahren wir nämlich die aber 10.55 abfahrt 10.53 draußen da passt das genau um die navigation geht so hoch alles aber ich fahre den bus eigentlich überhaupt nicht gerne weil der irgendwie saumäßig schnell ins abs geht finde ich zumindest so tach 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 einmal nochmal 3.50 bitte ah alles klar schöner back dass das hier nicht gefixt worden ist ah naja ok ja so zum bus kennen wir ja wo machen wir alle bedienelemente ah naja ok ich glaub nicht nä ne ne abfahrt Ach, Kickdown haben wir nicht, alles klar. Jetzt. Ja, schöne Ansagen haben wir hier auch. Vor allem auch verschiedene irgendwie. Ist ein bisschen kurios. Warum wollen die mit? Nö. Ah, wir fahren nach rechts. Elbbruchstraße. Obwohl mit der, ich hab die Sicht ein bisschen eingestellt. Da geht's doch mit Bremsen eigentlich. Oh. Kreuzkamp. Ah, wär doch schön, wenn jemand ein Southwood mal für den Bus hier macht. Kann sich ja vielleicht mal einer mal dran setzen. Das wär ganz nice. An sich ist das eigentlich so ein geiles Fahrzeug. Hey, ja. Ah, komm. die die ая die 笑 die die Das war's für heute. Das Spiel gefällt mir sehr gut, dass man schön die Tür sieht. Sehr gut. So, Abfahrt. Also ein bisschen früh, aber ist jetzt auch egal. Ja, Performance von der Map ist echt top. Kann man nix so sagen. Läuft echt gut. Gabelung. Die Ansagen sind geil. Ja, das können wir ja auch noch hier. Aus dem anderen stellen wir den Dreieck vor eins. Den Kreisverkehr hier, aber auch alles ein bisschen aufgeflasht und neu gemacht. Boah, jung Hallo. Ah, ich hab ein Fahrzeug. Da kann man auch... Was ist das denn? Haben wir eigentlich ein elektrisches Fenster zum Aufmachen? Ach, hier. Ja. Genau. Oh, ne, komm. Wir will zumachen. Das geht ja auch nicht, ey. Das ist so. So, müssen wir hier geradeaus und dann links. Das ist... Genau. Das ist jetzt meine Straße. Mal gucken, wie die aussieht. Ob sie die repariert haben. Ah ja. Alles klar. Scheiße. Ne, warte mal. Hä? Ist man da hochgefahren? Ja? Na ja, da fahren wir hier, danke. So, was haben wir jetzt mal nicht gesehen. Mir fehlt auch so ein bisschen die Spritzigkeit bei dem Bus eigentlich irgendwie. Der geht nicht so ganz ab. Aber na ja. Oh, Selbstmannstraße haben sie repariert tatsächlich. Sehr schön. Oh, okay. Ich sehe gerade, wir haben hier einen Pfeil. Das passt von der Höhe, ja? Alles klar. War ein bisschen knapp. So, was haben wir jetzt hier? Kreuzung, Spacke. So, was habe ich nicht da vorne geguckt? Kreuzung, Spacke, wie es heißt. Genau, Laubtal, das kennen wir ja. Aber wie sieht sich das alles besser aus, ne? Wo müssen wir denn hier rüber? Hä? Ist ja verwirrend, ey. Ja, genau. So, was haben wir denn? Ja, wir sind hier. so was was jetzt muss man grün bekommen so ich würde fast behaupten das sieht alles noch so ein bisschen alt aus hier von der Karte okay 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 Ich würde noch früher schalten Das Junge Das Junge Das ist übrigens doch der Bahnhof da Den ich meinte, wo sie umbauen Finde ich echt geil, dass sie das machen Oh, das was hier so drin ist Also Gasernahme von diesem Fahrzeug ist auch totaler Müll Das weiß ich nicht So Hier links alter Bahnhof Die vorne neuer Tatsächlich finde ich echt extrem cool Irgendwie ist gut gelungen So, da halten wir mal hier an Hier müssen wir auch anhalten Hier ansteckt drei Hier drüben Ja Wenden wir einmal hier Was ist das für ein Blödsinn an? Auf diesen Egal, komm Würde ich sagen, wenn euch das jetzt mir gefallen hat Lass da ein Abo da Daumen hoch Bis zum nächsten Mal Macht's gut Und tschüss Tschüss Das ist das für ein Blödsinn an Hier ist das für ein Blödsinn an